Wikwam und Witzki-Ub bezeichnen zwei traditionelle Behausungen verschiedener nordamerikanischer Indianerstämme, deren Bezeichnungen einer sprachlichen Wurzel entspringen. Der Wikwam wurde vor allem von Indianern der Kulturareale Subarctis und Nordosten verwendet. Der Witzki-Ub hingegen stammt aus den kulturarealen Südosten, Großesbecken und Kalifornien. Für beide typisch ist die Kuppelform mit runder, aber auch rechteckiger Grundfläche. Das Gerüst der Behausung bestand aus gebogenen Holzstämmen und wurde mit Materialien wie beispielsweise Grasmatten bedeckt. Wortherkunft Das Wort Wikwam wurde aus einer der Algonquien-Sprachen, wahrscheinlich erstmals um 1628 aus dem Ostabelnaki-Wike-Walfa-M. Ins Englische und dann weiter ins Deutsche entlehnt. In den meisten Algonquien-Sprachen lautet das Wort für Haus sehr ähnlich. Sternchen-Wi-Kiwami im rekonstruierten Ur-Algonquien Wikwam im Westabelnaki-Wi-Giwam im Eneshinabe, auch kontrahiert zu Wikwam-Wi-Giwam im Algonquien kann auch Mi-Igiwam lauten. Oku-Wa im Blackfoot-Mal-Ö im Cheyenne-Wi-Kami im Miami-Illinois-Wi-Ku-Om im Mi-K-Mak-I-Chi-Am im Nib-Matsch-Wi-Kwam im Unamilena-Pe. Die Algonquien nannten ihre Behausungen je nach Dialekt auch Wetu, Vitu, Vitaun oder Viku-Womut. Die genannten Bezeichnungen in den Algonquien-Sprachen, die alle Wohnung, Haus oder Behausung bedeuten, wandelten die Weißen gegen 1660 in die Bezeichnung Wikwam um, womit sie als bald unterschiedslos alle Wohnstätten der Indianer bezeichneten. Ob diese nun in einem Wikwam wohnten oder nicht. In populärwissenschaftlicher Literatur wird Wikwam sogar manchmal für alle mobilen Behausungen der Indianer verwendet, inklusive der Tippes. Auch das Wort Witzki-Ub stammt aus den Algonquien-Sprachen und ist wahrscheinlich eine Variante von Wikwam ohne das Possessiv-Themen-Suffix-M. Aber dafür mit dem Suffix-A-P-Sitzen, Wikwapi im Fox, Meke-Web im Kri, Mechi-Wap im Montag-Nice, Wikwap im Minominé, Wikwap im Sagi. Im Gegensatz zu den vorgenannten Algonquien-Sprachigen Ethnien wurde die Bezeichnung Witzki-Ub nicht von den Indianern des Südwestens verwendet. Die Weißen Amerikaner wendeten sie für deren Behausungen an, die zum Beispiel bei den Apachen, Gova, Hies oder Baaka, bei den Karankawa. Bauweise der Wikwams Wikwams unterscheiden sich von den ansonsten ähnlichen Tippes im Wesentlichen dadurch, dass die vertikalen Stämme gebogen sind. Außerdem können sie eine runde wie auch eine rechteckige Grundfläche besitzen. Zum Bau eines Wikwams wurden junge Hickery-Stämme oder frische Ulmen-Stämme abgeholzt. Von den ersten befreit und anschließend in einem Kreis von meist 4,5 bis 6 Metern Durchmesser aufgestellt. Je nach Größe des Wikwams benötigte man zwischen 6 und 18 dieser bis zu 5 Meter langen Stangen. Unten wurden sie durch ein Graben in den Boden gesichert, von unten nach oben wurden sie nach und nach mit Querstangen verstrebt. Schließlich wurden die Spitzen der Stangen oben zu einer Art Rahmen zusammengebunden. Dieses Gestell wurde nun mit gewebten Binsen, Rinde, Tierhäuten, Schilfmatten oder Grasmatten bedeckt. Rinden sowie Tierhäute wurden vor allem im Winter verwendet, wenn kein hohes Gras zur Verfügung stand. Das Wikwam konnte, genau wie das Dipi, innen mit offenem Feuer beheizt werden. Besonders die Waldlandindianer um die großen Seen sowie an der Atlantikküste, meistens Algonquin und Sioux, verwendeten das Wikwam. Es war auf eine längere Verweildauer am selben Ort ausgerichtet. Konnte aber auch ohne große Einbußen an Material abgebaut und dank des überall vorhandenen Baustoffs auch schnell wieder neu errichtet werden. Bei Stämmen, die ihr Wohngebiet jahreszeitlich bedingt wechselten, wurde die Deckung des Wikwam abgenommen, eingerollt und auf den Wanderzügen mitgenommen. Die Skelettstruktur ließ man zurück, um sie bei der Rückkehr wieder zu benutzen. Die Konstruktion des Wikwam variierte bei den verschiedenen Stämmen in Größe und Detail. Die größten Strukturen wurden von den Algonquin-sprachigen Kikipu im Gebiet der großen Seen gebaut. Deren Wikwams Grundflächen von 25 Quadratmeter und Höhen von beinahe drei Metern erreichten. Man unterschied je nach Größe und Nutzung auch das kleine Wikwam und das große Wikwam. Witzkiup Das kuppelförmige Witzkiup, eine Grashütte, wurde von den Pejute-Apachen sowie den zu den Hochland-Juma-Seelen-Ninjavepe und Walepe in den Bergen, Wüsten und Halbwüsten von Arizona, New Mexico, Nevada sowie Nordmexiko genutzt. Das Witzkiup konnte innerhalb von wenigen Stunden aufgebaut und noch schneller abgebaut werden. Was für den nomadischen Lebensstil dieser Stämme wichtig war. Besonders für die kriegerischen und räuberischen Apachen kam es oft darauf an, ihre Rentschriyas schnell in vorfeindensichere Gebiete verlegen zu können. Das Witzkiup stellte zwar eine der einfachsten Wohnformen in Nordamerika dar, trotzdem nutzten die Stämme, besonders während des Sommers, auf ihren Wanderungen oft nur einfache Windschirme, so Kramadas. Zur Errichtung des Witzkiups wurde ein Flechtwerk aus den Esten und Pfählen von Eichen und Weiden in den Boden getrieben. Die Stützen waren ungefähr drei Handbreit auseinander und wurden an den Pfahlspitzen mit Seilen aus Jokka-Fasern zusammengebunden. An dieses Gerüst wurden nun Grasbüschel befestigt, über die Tierhäute gelegt und festgebunden wurden. Manchmal wurden sie statt mit Tierhäuten durch geflochtene Matten aus Gras abgedeckt. Kinderlose Ehepaare bei den Apachen erbauten ein Witzkiup von knapp drei Metern Durchmesser und zwei Metern Höhe, Familien ein entsprechend größeres. Genauso wie Wikwam leitet sich auch das von den Europäern eingeführte Wort Witzkiup aus den östlichen Algonquien-Sprachen ab. Die tatsächlichen Bezeichnungen in den nicht-algonquischen Sprachen der Völker zwischen Kalifornien und Texas lauteten vollkommen anders. Weitere Grashütten Grashütten waren nicht nur im trockenen Südwesten und im nordöstlichen Waldland vorhanden. Auch im südlichen Kalifornien errichteten verschiedene Stämme Grashütten, die kegelförmig gebaut waren oder wie Bienenstücke wirkten. Sie hatten Durchmesser von bis zu sechs Metern und Höhen von 4,56 Metern. Die Chamesch besaßen sogar Fensteröffnungen, die Türöffnung wurde mit einer Tulematte verschlossen. Zudem verwendeten die Stämme Tulematten, um den Innenraum in einzelne Bereiche aufzuteilen. Auch die Kado und Vichita auf den südlichen Plains lebten in Grashütten, die allerdings mit einem Durchmesser von bis zu zwölf Meter bedeutend größer waren. Die Hütten bauten auf einem kreisrunden Grundriss auf und hatten entweder die Form einer Kuppel oder einer Spitzkuppel. Ein oder zwei Eingänge führten in das Innere. Im Gegensatz zu den anderen Grashütten sowie den Wikwams und Witzkiups war meistens keine Rauchöffnung im Dach vorgesehen. Der Rauch musste durch die Grasdeckung entweichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017